Eine neue Vierzimmerwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Werder. 1996 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer mit Fenster, eine Küche mit Fenster sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 84 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 850 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020